15 Gramm, Zwiebeln, die anbraten, auch ein Traum, 13, 14, 15, 17, ich habe sie wirklich Po gegessen. Aber es waren echt dünne, also jetzt keine wahnsinnigen dicken. Und dann habe ich mich total überfressen, weil ich so Lust drauf hatte. Und jetzt habe ich immer noch Lust drauf. Das hat leider gar nichts gebracht. Deswegen mag ich eigentlich Warnnüsse nicht auf diesem Brett schneiden, aber ich bin zu faul, das andere jetzt rauszuholen. Kleckert überall hin. Oh, riecht die Zwiebel gerade gut. Auf welcher Stufe habe ich das? Uiuiui, ein bisschen dolle. Nicht, dass ihr braun werdet. Ja, ein bisschen. Ah, haben wir die Kategorie noch nicht gewechselt, dann würde ich die Mods bitten, dass sie darauf achten. Danke für den Hinweis. Wir wollen natürlich in der richtigen Kategorie sein. Auch wenn sich nicht wirklich jemand dran hält. Dankeschön, Marts. Rübenkraut. Das ist wie Marmelade. So, ich denke, das passt. Macht nichts, kein Problem. Ist ja kein Stress. Hippie, wir haben einmal sowas ähnliches gemacht. Da ist die Tüte dann... Pfff. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Ah, das riecht heute so gut. Der Basilikum im Kühlschrank riecht auch so köstlich. Ich habe Ewigkeiten jetzt frischen Basilikum gesucht. Ich war heute so begeistert, als ich es gesehen habe. Leider war der nicht mehr ganz so gut, aber das war schon ziemlich nice. Ich hole schon die Gewürze raus. Onion Powder. Warum, weiß ich nicht, weil wir haben ja eine Zwiebel, aber ich halte mich jetzt einfach mal an die Regeln. Das sind nämlich relativ viele Gewürze. Ähm, Carrier Seeds habe ich nicht... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kein Bock. Ähm, Kumin. Also, na klar nehme ich Kumin. Ähm, Trite Thym, Thym. Ich hole frischen Thymian. Haha. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Sagt nichts, ich habe meine Pflanzen noch nicht umgepflanzt. Ähm. Wollt ihr mir zugucken? Glaubt man, dass das Essen nicht anbrennt, ja? Und ich glaube, denen geht es ganz gut. Würde ich behaupten. Aber ich habe keine Ahnung. Ich sehe keinen Unterschied bei dem. Ich glaube, das reicht auch. Das ist vielleicht ein bisschen viel. So. Tada. Gehe weg. Ich denke, die haben ein bisschen Aroma abgegeben. Dann, ähm, Knoblauch und Sellerie, glaube ich, gleichzeitig. Wurscht. Mach ich jetzt einfach. Ist doch Rosmarin. Oh. Warte, Bergfeuer. Thymian ist nicht Rosmarin. Oh. Ist wurscht, dann mache ich was anderes. Oh. Warte, Bergfeuer. Thymian ist nicht Rosmarin. Oh. Ist wurscht, dann mache ich was anderes. Ich weiß schon was. Ja, ich habe Thymianen.